Stronsenitbergbau im Münsterland. Nur eine kurze Blüte oder der Beginn der Industrialisierung. Ein Film der Landesbildstelle Westfalen gibt einen Einblick in ein vergessenes Kapitel regionaler Geschichte. Der folgende Filmschatz von 1995 führt uns unter Tage. Doch nicht etwa in die Steinkohlezechen des Ruhrgebiets. Diesmal geht es in das sonst eher agrarisch geprägte Münsterland. Dort wurde in den 1880er Jahren ein Stoff abgebaut, dessen Namen heute kaum noch jemand kennt. Stronsenit. Das grau-weiße Mineral wird heute zum Beispiel noch in der Pyrotechnik genutzt und sorgt für die rötliche Färbung in Feuerwerkskörpern. Im 19. Jahrhundert hatte es aber große Bedeutung für die Herstellung von Zucker. Der Film erzählt vom rasanten Aufstieg des Stronsenitbergbaus im südlichen Münsterland, erklärt aber auch die Gründe für seinen Niedergang. Einzelne Gruben förderten das Mineral immerhin noch bis in die 1940er Jahre. Unter Tage begleiten wir den Kameramann Udo Westbrock durch alte Stollen und blicken hinab in tiefe Schächte. Auch akustisch erweckt der Film die Welt unter Tage zum Leben. Mit Grubengeräuschen und zeitgenössischen Zitaten. Aber seht und hört selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Fahlens Feld trägt Korn und Geld, lautet ein alter Bergmannsspruch. Er besagt, dass der Boden Westfalens nicht nur für Ackerbau und Viehzucht geeignet ist, sondern tief in seinem Inneren auch andere Schätze verborgen hält. Dies gilt vor allem für die südlichen Landesteile, das Sauerland und das Siegerland, wo seit Jahrhunderten ein ergiebiger Erzbergbau betrieben wird. Bereits früh gab es dort Handwerker und Gewerbe, die aus den gewonnenen Erzen und Metallen entsprechende Erzeugnisse fertigten und einen regen Handel damit trieben. Das Münsterland ist verhältnismäßig arm an Bodenschätzen. Noch im 19. Jahrhundert, als viele Regionen Deutschlands sich zu bedeutenden Industriezonen wandelten, wie zum Beispiel das Ruhrgebiet, blieb das Münsterland vorwiegend ein Agrarland. Ackerbau und Viehzucht und die hierfür produzierenden Kleingewerbe bestimmten das tägliche Leben in den Dörfern und in kleinen Landstädtchen. Dass das Landleben nicht immer so ruhig und gleichmäßig verlief, dass der Münsterländer Boden auch anderes hergibt als Getreide oder fette Weide für das Vieh, zeigen eine Reihe größerer und kleinerer Hügel in der ansonsten flachen Parklandschaft. Was von Weitem wie ein lichtes Wäldchen oder Gebüsch aussieht, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als eine künstlich aufgeschüttete Halde, eine Halde des ehemaligen Strontianitbergbaus, der das südliche Münsterland ab etwa 1880 in erhebliche Aufregung versetzte. Übrigens haben Sie schon gehört, wir werden Industriestadt, Strontianitbergbau, rapides Wachstum, Wohnungsnot, elektrisches Licht, Töchterschule, Schlachthaus und Gymnasium, alles schon im Hintergrund, beschreibt der aus Vorhelm gebürtige Priesterdichter Augustin Wibbelt, die plötzliche Entwicklung in seinem plattdeutschen Roman vom Strunz. Strunz nannten die Münsterländer Bauern kurzerhand den hellweißen Strontianit. Das Mineralstrontianit ist reines Strontiumcarbonat, SRCO3. Es wurde 1787 in Schottland nahe des Ortes Strontian erstmals entdeckt. Da man weder das chemische Element Strontium noch das Mineralstrontianit bis dahin kannte, wurde der schottische Ort Strontian namensgebend. Rund 50 Jahre später, 1834, entdeckte man Strontianit auch im Münsterland. Ein Bauer aus Nierenberge fand das Mineral zufällig beim Graben. Eine Zeitung berichtete über den Fund. Die Bekanntwerdung des Vorkommens eines sonst so seltenen Minerals ist in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht von Interesse. In größerer Menge gewonnen lassen sich nämlich in chemischen Gewerben sehr nützlich und vorteilhafte Anwendungen davon machen. Diese nützlichen und vorteilhaften Anwendungen lagen in der Pyrotechnik, der Herstellung von Feuerwerkskörpern, denen Strontianit zu einer schönen, leuchtenden Rotfärbung verhilft, dem sogenannten bengalischen Feuer. Gewinnung und Handel schleppten sich allerdings viele Jahre hin, bis eine neue Nutzung des seltenen Minerals entdeckt wurde. Französische Chemiker hatten Mitte des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass mit Hilfe von Strontianit Zucker hergestellt werden konnte. Zucker aus Melasse, einem Nebenprodukt bei der Herstellung von Zucker aus der Zuckerrübe. Die zähflüssige Melasse enthält einen hohen Anteil von Zucker, kann aber von sich aus nicht auskristallisieren. Mit Hilfe von Strontianit hingegen wurde aus der Melasse kostbarer Zucker. Ein Zucker sogar, dessen Qualität, Reinheit und Körnung besser war als der direkt aus der Rübe gewonnene Zucker. Vor allem war er blendend weiß und konnte schon deswegen besser verkauft werden. Die Zuckerindustrie war schon im 19. Jahrhundert eine bedeutende Wirtschaftsbranche. Zucker war ein wichtiges Grundnahrungsmittel breiter Bevölkerungskreise und nicht allein Süßstoff, wie wir ihn heute kennen. Fruchtbare Böden und ergiebige Rübensorten waren wichtig, denn jedes Prozent mehr an Zuckergehalt in der Rübe bedeutete wirtschaftlichen Gewinn. Ein Problem war jedoch, die großen Mengen an Strontianit zu bekommen. Ein professioneller Bergbau war jetzt erforderlich. Einige Zuckerfabriken gründeten hierzu eigene Bergbaugesellschaften. Da im 19. Jahrhundert die einzigen bekannten Vorkommen an Strontianit im südlichen Münsterland lagen, stürzten sich die Bergbauunternehmer und Zuckerfabrikanten, aber auch Spekulanten, auf das ländliche Gebiet zwischen Münster und Warendorf im Norden und der Lippe im Süden. Man erkundete systematisch die Lagerstätten und erkannte, dass Strontianit in langen, schmalen Gängen vorkommt, die sich oftmals kilometerlang unter Tage fortsetzten, aber nicht überall und schon gar nicht gleichmäßig Strontianit enthielten. Der Bergbau war also eine ungewisse Sache, da man nie genau wusste, ob sich ein Bergwerk, eine sogenannte Grube, lohnte oder nicht. Zudem war nach dem allgemeinen Berggesetz für die preußischen Staaten Strontianit Eigentum der Grundbesitzer. Dies waren vorwiegend die Bauern und der Münsterländer Adel. Bevor der Strontianit gehoben werden konnte, musste das Land angepachtet und den Grundeigentümern eine Entschädigung gezahlt werden. An zahllosen Stellen wurden Gruben und Schächte angelegt. Das Münsterland wurde plötzlich zu einem Bergbaugebiet, in dem sich schließlich weit über 600 Strontianitgruben, größere wie kleinere, befanden. Die Zeitgenossen verglichen die plötzliche Betriebsamkeit mit dem kalifornischen Goldrausch. Ein Zeitungsartikel aus dem Jahre 1881 berichtet begeistert, das ganze Münsterland befindet sich in einer nicht geringen Aufregung. Sobald man von Hamm aus die Lippe passiert hat, sieht man zur Seite der Bahn, auf der Strecke bis Oelde, an manchen Stellen Löcher gegraben. Zu dem Zwecke, den selten vorkommenden Strontianit aufzufinden. Dasselbe zeigt sich von Beckum bis Ascheberg in großen, unerschöpflichen Mengen. An vielen Stellen ist es nur einen Meter tief, an anderen durch geringen Tiefbau leicht zu erreichen. Früher ausschließlich zu Feuerwerkszwecken und zur Erzeugung von rotem Licht benutzt, findet es jetzt bei der Zuckerfabrikation eine sehr vorteilhafte Verwendung in großen Mengen, so dass sich sein Absatzgebiet bis nach Österreich und Russland erstreckt. Bevor ein Bergwerk in Betrieb gehen konnte, musste für die Behörden ein sogenannter Betriebsplan angelegt werden. Diese Betriebspläne enthielten alle wichtigen technischen Angaben. Mit Stolz berichtete man von seinem Vorhaben. Unser Betrieb ist nicht mit einem Steinbruch oder ähnlichen Anlagen zu vergleichen, da wir nach den Regeln der Bergmenschenkunst einen Schacht niederbringen, die Erzgänge querschlägig überfahren und den Abbau des Minerals durch Feldörter in nördlicher und südlicher Richtung vom Schacht aus vorrichten. Die Leitung des Betriebes liegt in Händen von Beamten, deren Qualifikation als Betriebsführer seitens der königlichen Bergbehörde anerkannt ist. Und die Hauer sind ausschließlich als solche auf anderen Erz- oder Kohlengruben bereits tätig gewesen. Diese anderen Gruben lagen im Ruhrgebiet und im Tecklenburger Raum. Gerade in einer Zeit, als sich der westfälische Steinkohlenbergbau in einer Krise befand, kam im Münsterland der hoffnungsvolle Strontianitbergbau auf. Hier gab es zeitweise mehr zu verdienen als auf den Steinkohlenzechen. Die Löhne auf den Strontianitgruben übertrafen die der Handwerker in den Dörfern und Städten sogar um ein Vielfaches. Zahlreiche Handwerksburschen, Tagelöhner und Landwirte, also Personen, die vom Bergbau gar nichts verstanden, gingen in den Stronts. Die Kirchenchronik aus dem besonders betroffenen Trend Steinfurt berichtet, und die Mädchen waren versessen darauf, einen Bergmann zu heiraten, da sie dann ein bequemes Leben führen, sich zieren konnten. Durch den Strontianitbergbau kamen auch die ersten Gastarbeiter, vor allem Tiroler und Italiener. Von 1878 bis 1882, also innerhalb von nur vier Jahren, schnellte die Zahl der Strontianit-Bergleute von etwa 100 auf weit über 2000. Einzelne Gruben beschäftigten mehrere hundert Bergleute. Das war für die damalige Zeit sehr viel und übertraf die Einwohnerzahl mancher Bauerschaft. Damit hatte quasi über Nacht die Industrie im südlichen Münsterland Einzug gehalten. Noch vor dem Steinkohlenbergbau in Ahlen und der Zementindustrie im Raum Beckum verdankt die Gegend dem Strontianit-Bergbau die erste Berührung mit der neuen Zeit. Mit den Bergleuten kamen auch Rüde-Gesellen. So gibt es zahlreiche Nachrichten von nächtlichen Ausschreitungen, Raufereien, Diebstählen und krimineller Sabotage. Einigen Schilderungen zufolge soll der Champagner nur so über die Tische geflossen sein. Prügeleien in den Kneipen waren fast an der Tagesordnung. Der Bergbau schritt munter voran. Ein Ahlener Bergbauunternehmen rühmte sich, das größte private Telefonnetz Deutschlands zu besitzen. Die Drennsteinfurter Kirchenchronik beklagt dagegen, dass der Sonntag entheiligt würde. Nicht nur die Fremden, sondern auch die Einheimischen sind jetzt bereit sogar sonntags zu arbeiten. Dies war erforderlich, damit die Schächte nicht voll Wasser liefen. Die Veränderungen wurden als tiefgreifend empfunden. Die zahlreichen Bergleute, überwiegend Jüngere und noch Alleinstehende, mussten auch Wohnraum haben. Viele quartierten sich ein, sodass durch Miete und Kostgeld ein wahrer Geldsegen auf einige Orte niederging. Rund hundert Jahre nach der Blüte dieses Bergbaus wird in einem Steinbruch bei Ennigerloh überraschend eine ehemalige Strontionitgrube freigelegt. Diese kleine Sensation gewährt erstmals Zutritt in die Untertagewelt eines solchen Bergwerkes. ... Vielen Dank. Hier ist die Millionen von Jahren alter Entstehungsgeschichte unserer Erde aufgeschlagen. So sind zum Beispiel deutlich die verschieden starken Schichten zu erkennen, die sich hier ab der Kreidezeit, also vor gut 135 Millionen Jahren, ablagerten. In diesen parallelen Schichtungen gibt es Störungen, sogenannte Verwerfungen. Sie sind tektonischen Ursprungs und bilden lange, hohle Gänge, die schräg ins Erdreich einfallen. In diese Hohlräume sind zeitlich sehr viel später die Strontiumsalze ausgeschieden worden. Woher die großen Mengen stammen, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise wurden sie durch Wasser aus dem Nebengestein gelöst. Vielleicht sind auch die Sohlequellen längs des Hellwegs Ursache der Münsterländer Strontianit-Lagerstätten. Manchmal sind die Spalten auch streckenweise völlig taub, wie zum Beispiel an dieser Stelle. Die Bergleute mussten also über Tage feststellen, wo der Gang herführte, in welche Richtung er in die Tiefe abfiel und ab welcher Tiefe er bauwürdig war. Dies machte man mit langen, eisernen Handbohrern. Wenn man diese mit Hämmern anschlug, konnte anhand des Klanges festgestellt werden, ob die Spalte mit Strontianit gefüllt war oder nicht. Dieser Schacht war von 1882 bis 1883 betrieben worden, also nur für ein Jahr. Besaß 20 Meter Täufe, wie man bergmännisch die Tiefe nennt, und etwa 30 Meter Strecken. Strecke nennt der Bergmann die in das Gestein getriebenen, waagerechten Gänge. Das Ende der Strecke, also dort, wo die Bergleute damals den Abbau einstellten, sieht jetzt aus wie der Einstieg in eine Höhle. Die Strecken waren etwa 1,50 Meter breit und 1,70 Meter hoch, sodass die Bergleute leicht gebückt gehen mussten. Das ist im Verhältnis zu manch anderen Bergwerken schon relativ geräumig. Der Grubenausbau durch Holzstempel, eine sogenannte Türstockverzimmerung, ist noch gut erhalten. Der Türstock sichert die Strecke vor Einsturz. Latten sind oben und seitlich dahinter geklemmt, um vor Steinschlag zu schützen. Zahlreiche Unfallmeldungen berichten, dass Bergleute durch herabstürzende scharfkantige Steine verletzt oder gar getötet wurden. Im Laufe der Zeit wurde das Holz morsch und stürzte ein. Obwohl diese Grube mit 20 Meter Täufe und 30 Meter Strecke nicht sehr groß war, besaß sie doch Gleise für eine kleine Lore. Reste des ehemaligen Strontianit-Ganges sind noch vorhanden. Das meiste ist natürlich längst abgebaut. Die Vorkommen waren hier zu gering und lohnten keinen weiteren Abbau. Sie waren unbauwürdig. Ein Bohrloch für die Sprengpatronen. Es wurde mit dem Handbohrer gesetzt. Das Sprengen mit Dynamit ging natürlich schneller als das Losschlagen des Gesteins von Hand. Auch das Sprengen, die sogenannte Schießarbeit, führte häufig zu Unfällen, da man nie wusste, wie sich der brüchige Kalkstein verhalten würde. Die Strecke erreicht den Schacht, durch den die Bergleute, aber auch das Fördergut nach oben gelangten. Der Schacht wurde natürlich zugeschüttet. Die Leiter ließ man einfach stehen. Es ist ein alter bergmännischer Brauch, beim Verlassen eines Bergwerks Werkzeuge zurückzulassen. So wissen wir heute, womit früher gearbeitet wurde. Hacken, Hammer oder Schlegel, lange Meißel und Eisenstangen, mit denen das Mineral aus den Spalten gebrochen wurde. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.